Auf einem Schiff mit einer japanischen Flagge legt ein Kapitän seine goldene Uhr auf den Tisch und geht ins Bad. Als er zurückkommt, ist seine Uhr verschwunden. Er ruft den Koch, den Matrosen und den Steuermann zu sich. Der Koch sagt, ich habe das Essen für die Mannschaft vorbereitet. Der Matrose sagt, ich habe die Flagge umgedreht, weil die falsch herumhing. Der Steuermann sagt, ich habe die ganze Zeit das Schiff gelenkt. Der Kapitän weiß sofort, wer der Schuldige ist. Wieso? Du hast zehn Sekunden Zeit, um das Rätsel zu lösen. Der Matrose war es. Die japanische Flagge sieht verkehrt rum genauso aus wie richtig rum und muss deshalb nicht umgedreht werden.